Nur mit dem Geld, das wir von der Deutschen Postcode Lotterie bekommen, ist es uns möglich, diese Arbeit zu leisten. Die Vermüllung der Weltmeere hat in den letzten Jahren leider dramatisch zugenommen. 70 Prozent von Plastikmüll, der in den Weltmeeren gefunden wird, kommt über die Flüsse in das Meer. Also ist es sinnvoll, die Flussufer sauber zu machen. Und deswegen haben wir uns seit 2018 zur Aufgabe gemacht, die Flussufer des Rheins, aber mittlerweile auch mehrere Nebenflüsse, von Müll zu befreien. Und das organisieren wir alles zentral mit der Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie. Wenn das nicht wäre, könnten wir das nicht machen. Das muss ich mal in aller Deutlichkeit so sagen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.